Es ist zum Ver- Mäusemelken. Weißt du was, jetzt verrück' ich die Kamera, sodass wir beide drauf sind. Okay, okay. So. Wow. Ich geb' dir mal das Pad. So. Ja. Und jetzt zeig' ich mal dieses Federleicht-Stativ. Das Federleicht! Ja, so ganz bring's das wohl. Okay, siehst du mir Creme? Ja. Oh, man sieht die Hälfte von mir. Auf mir am Spot bin. Uah! Uah! Okay, mach' mal. Können wir so machen. Ja. Ja, doch. Funktioniert so. Machen wir so? Ah, das Mikro. Ist ja groß. Okay, okay. Guck, jetzt ziehen wir uns. Okay. Also nochmal Hallo. Kann ich's pettern? Ja. Genau, weil wir spielen jetzt eine Runde Golf. Ja. Ah, um mal ein bisschen zu entspannen. Und das kann man schön zu zweit machen. Äh, Add Player. So. Und den kannst du noch tweaken. Äh, andere Player. Genau, das ist dann hier. Ja. Ja, bitte sehr. Jetzt gibt's wieder modische Highlights von und mit Sonja. Boah, mit Carrier oder Hose. Ja. Du brauchst aber erstmal tolle Käppi Farbe. Das finde ich schade. Wieso gibt's da keine Käppis mit lustigen Mustern? Ich find's witzig, wie Redneck mäßig aussehe hier mit Feinripp, Unerhemd und Bier. Bei einem epischen Bart. Okay, du, das ist ja schon mal ganz hoch im Kurs, jetzt grad bei mir. Finde ich todschick. Ne, der ist besser. Boah, der ist noch gestreifter. Ja. Vor allem den Siegmann. Und dazu ne schicke Hose. Boah. Nailed it, ja. Oh yes. Ja komm, die ist auch heiß. Ja, die ist auch heiß. Die muss sein. Jetzt noch freaky Schuhe. Also die finde ich schon mal gut. Ah, das werden die. Okay. Ich kenn einen ganz guten Kurs. Der sollte jetzt genau das Richtige sein. Vielleicht ist das aber... Nee, ich will nicht, dass du den Kurs schon kennst. Nein, der ist aber geil. Nein, aber ich möchte einen, den wir beide nicht kennen. Doch, der ist gut. Ich... Ach. Nein, komm. Ich kann nicht lesen, wo der Filter ist. Weil... Äh... Nee. Public? Public. Und eigentlich... Highest Rated ist auch nice. Boah. 18 Löcher? Können wir 9 machen. Wieso? Boah, ist... 9 Löcher ist echt hart. Äh... Na ja, okay. Also von dem habe ich noch nie was gehört. Und das scheint ihr ganz nett zu sein. Willkommen im Malls. Uh... Schauen wir mal ob wir hier irgendwelche Ghosts mitspielen. Ja. Ja. So, mal gucken. Na fein. Boah, Golf, ey. Ja. Hallo und willkommen in diesem Par-4-1st-Hall. Danke! Hi, John. Oh, mit Liden. Nee, Golf-Cars. Geddes. In einem Loch drin. Okay. Fang mal an. Ach, so ist ja auch gar nicht mal so weit. Nee. Hätten die nicht ein bisschen weiter links? Ach, nö. Ja... Was ist das, Balot? Pfff. Das war ein solid Kontakt. Shit. Ach, nö. Nein. Oh Gott. Ja, lach nur. Ach, und jetzt soll ich hier irgendwo platzieren, ne? Ja. Das ist aber auch neu. Das ist auch neu, in der Tat. Haha, stirre du garstig Insekt. Boah, der... Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hart. Brutzelt. Ja. Ja, hier auch. Auch Slice, ne? Ja, da hab ich aber auch komplett verrissen. Ja, siehste. Aber ich lande noch so... Ja. ...im Gebiet. Ja, hey. Du bist dran. 31, ja. Im Rough. Und wir können nicht richtig lesen, wie die Stats sind. Das ist schlecht. Ja. Also normalerweise ist rechts oben eingeblendet, was für eine Art Schlag man macht. Und dann wäre es halt auch interessant zu wissen, ob es ein Chip ist oder... Ne. Das ist jetzt natürlich nicht gut. Uh. 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 Ja. Ja. Super. Ja, dann geh ich lieber da. Ja. Ja, das kleine, äh, leichte, rough. Ich da. So, 23 Yards. Oh Mann. 45 Yards Carry hab ich in der Hand. Geht's kleiner? Ne, das ist der Putter. Wir sehen's nicht, das ist scheiße. Kann man die, kann man die Kameraposition nicht verändern nach links unten? Ich glaube nicht gerade jetzt. Also, wenn ich den Share Button drücke. Broadcast Settings. Advanced Settings. Kamera Reading Settings. Ah. Yeah. Runter links. Lower left. Yeah. Okay, passt. Äh, raus hier. Ich glaub die Kamera hat sich neu adjustiert. Okay. Ja. Ja. Gut. Ach Gott. Ah. Hier, zoppeln. Ja, jetzt ist wieder wie vorhin. Ne? Okay. Ja, genau. Jetzt kann man wenigstens sehen, was ich da mach. Ich hatte gerade noch ein 45 Yard in der Hand, aber das war ein anderer Schlag eben. Chippen? Ne, nicht chippen. Hm. Auch nicht. Herr Jemini. Ach. Das... meinte ich. So. 35 Yards. Mit 80%. Das geht. Na ja. Ja. Also hey. Nö. Aber... Deswegen war dieses blöde Menü da oben so wichtig. Ich will. Hier wieder. Nö. Ahh, das ist wieder. Nö. Man fliegt doch schön gerade. Komm halt endlich in die scheiß Mulde rein! Ey! Du musst platzieren. Das ist doch geschissen! Immer der gleiche Schmuck. Hätt auch einen Flop gemacht, keine Ahnung. Also der war doch ganz cool. Höher, 30 Yards, mit 80%. Doch, neus. Ja, wenigstens im Loch. Also in einem Mulde. Naja, ja. Darf noch? Ja. Ein Paar 4. 5 footer, you're not too bad. Ja. Schnurgrat. Ja, das ist ja mein Königs zu bedienen, das Putten. Ah! You're in there! Und ich bin beim 4th Stroke. Dann bin ich wohl im Pad. Ja! Und die anderen 2, ey! Okay. Letztes Mal war ich so gut. Das Spiel liegt mir nämlich nicht so. sooo, okay. Sooo, okay. Eigentlich nichts Dramatisches. Wieder ein Loch. Äh, ne Mulde. Habt die schon auch wieder irgendwie... So, wie weit ist denn das? ...260? Das ist ein Doghole oder so? Hehe. Warum denn? Genau, dann nimmt man Drive in die Hand und prügelt drüber das Stück. Warum gibt denn mir einen 132 in die Hand? Das ist doch Quatsch. Okay. Ruf 265. So. Jetzt geht ab. Äh, es geht ein bisschen hier rüber. So. Okay. Hallo Zuschauer. Willkommen im Golf Club. Da war gerade eine Einblendung. Plus 1. Und mit dem Seitenwind sollte das eigentlich ganz gut sein. Also gehen wir auf Vollgas. Ja. Oh, das war ein Fancy. Ja. 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 Aber hey. Passt schon. Okay, das war ein Fancy. Das war ein Fancy. Wenn du eine Art und die nächste Pud schenken kannst, kannst du nur noch ein Fancy aus dem und das war ein Fancy. Ja, das ist nice. Na? Ja. Denk ich mir auch. Haut hin. Bauch grad. Super. Passt. Ach, auch noch? Oh. Ach, jetzt verarscht mich. Also. Der war gut. Ich bin wohl dran. Der hätte das Ohr noch so. Ja. Du hattest das green und unter Regulation an diesem. Du hattest das nächste Pud. Aber jetzt kuchen wir ihn. Das soll ich putten? Im Ernst? Also. Schauen wir mal den Anschluss da an. Na gut. Äh. Ja. Ja. Ich bin gleich nochmal dran. Auf die Mulde. Okay. Let's see what you can do with this eight-footer. Acht-fuß. Das ist definitiv makeable. Whoa. Das ist immer schlecht, wenn man die Egel missen kann. Mal sehen, ob man einen Birdie schmackt. Da geht's. Wenn ich jetzt noch drüber rausgeschossen hätte, dann aber. Das, ja, äh. Hey, wir sind gleich. Ne. Also in dem Spiel jetzt, 3-3. Ja. Weil ich ja noch daneben war. Ja, machen wir weiter. Wer ist jetzt dran eigentlich? Ich. Mal sehen, wir haben einen Birdie in dem Spiel. So, was haben wir da? Palmen. Große Palmen. Und dahinter das Grün? Hier. Ah. Das Loch ist echt hinter den Palmen. Ja. Hinter den Palmen. Aber wie, hä? Soll ich da drüber schlagen oder was? Wir machen jetzt die Ghosts. drüber schlagen? Ja. Ja. Äh, ja. Aber sollte das dann nicht ein anderer Schlag sein? Na, ich mach einfach mal, ne? Das Fadenkreuz ist eh anscheinend auf das Loch ausgerichtet. Ja. Öff. Hm. Wir haben ja ein bisschen Seitenwind. Na ja, probieren wir's mal. Uh. Ah. Aha. Die holen die... Die holen die... Die holen die... Das soll so sein. Aha. Na denn? Also das ist ja irgendwie cheesy. Ach. Du experimentierst rum? Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ein bisschen verringert, mhm. Ja. Sauber. Das war zu kurz. Ja. Das war zu kurz. Ja. Und ich seh nix. Ja. Jetzt ein Put? Ja, du bist ja... Dann kannst du die Kamera ja frei bewegen mit dem linken Stick. Ja, ja. Aber das bringt mir nix. Na ja, dann... Ich mach das jetzt mal blind. Das ist eh ne Mulde. Ja. Ah. Shut to nothing. Okay. Okay. Ja. Es hätte schlimmer ausgehen können. Das ist ein Burn. Das ist ein Burn. Gott. A Burn. Mal gucken. Das ist nur gerade. Zwischen mir und... Ding. Hm. Hm. Wuh. Ja. Wuh. Okay. 21 Fuß. Mal gucken. Das war zu wenig. Äh. Ach, auf das noch. Und wir sind schon bei Par. Mhm. Ist ja furchtbar. Das wird für Par. Okay, ein kleines 6ft-Pot. Ah, meine Güte. Also es ist kein schnelles Grün. Soll ich mal dazu. Passt! Yeah! Also ich hab schon mal schlimmer geputtet. Das war einfach nur ein schlechter Start. Okay, hier geht's. Hier geht's, John. Schau es mir. Oh, es ist ein Dachlack. Schau es mir. Oh mein Gott! Ein Dachlack! Es ist ein Dachlack. Wo ist das Grün? Hinter der Maus? Nein. Ja, hey. Doch! Doch! Ich dachte der Kurs war easy. Was soll denn das? Oder geht das jetzt wieder in One Direction da? Dass man aufs Haus drauf fällt und vom Dach rollt es dann ab. Es ist 500 Yards. Boah, nein. Das stimmt dann nicht so. Hm. Nein. Nein. Rein ins... Genau. Rein ins... Dachlack. Mit dem Driver. Okay. Mach mal. Uh, verrissen. Das ist ein Dachlack. Oder? Ja. Das war auch wieder ein bisschen nach rechts verwissen. Stimmt. Das passiert mir in letzter Zeit häufig. Ach. Eklig. All right. All right. Let's let it rip. All right. Let's let it rip. Der nicht. Der ist aufs Dach geprallt. Oh, oh, oh. Okay. Hm. Naja, ich muss einfach mal aus Grün zurück. Sollte ich denn... Puh. Na, immerhin. So. Liegt gut. Green. All right. 2.15 Uhr zu gehen. Ja. Wie war's Haus? Tatsächlich. Drinnnnnnnnnnnnnnn. Okay, that was fancy. Tja. All right. Solid Approach Shot. We can two pot from here. Na, fine. Hm. Tja. Jetzt wieder einverlischt. Schnurrgerat. Fast. Äh, dialed in. Okay. Mal gucken. Ne? Wer ist es? Jo. Oh. Ja, ich weiß. Aber hübsch. Schüssig. Ich würde sogar an die Kante gehen. Es ist schnell dort. Also... Der zweite Strich ist ziemlich schnell. Hm. Ja. Von da drüben kommt nicht so viel. Ist hier nur relevant war es zwischen dir und dem. Ja, ja. Hm? Okay. Das dürft du passen. Oh, es war leider ein bisschen wenig. Okay, let's see what you can do with this eagle. Du darfst. Ja, toll. Da kommt der andere. Ich hab schon wieder einen Igel verschissen. Ey. for the bird. For the bird. Yeah, yeah, yeah. Und... Nein. Oh man, just missed a birdie so close. Maybe a part here, though, huh? Schauen wir mal was, what we can do. Naja, sogar so vielleicht. Und sachte. Es geht auch runter. Oh man! Ein kleines 5-Footer hier. Ja. Oh man ey. Solid Par. Par ey. Ja. Ja, ich auch. Genau. Jetzt ist aber Kopf an Kopf hier unten. Ich muss bloß einmal besser werden. Okay. Es ist Zeit, diese Ball auf den Weg zu senden. Und zwar massiv besser. Ja, ja, ja. Also wenn du jetzt einmal besser bist, dann bist du schon mal als Erster dran. Nee, das war vorher auch nicht. Ähm. Ja, nee, es ist ja immer der mit dem besseren letzten Spiel. Letztes Spiel. Das haben wir doch letztes mal erst rausgekommen. Ja, eben drum. So. Okay. 246. Das ist definitiv... What? Ach so. Ja, ich hab den Stream gestartet und jetzt kommt natürlich Werbung. Ja. Mach halt den Ton aus an dem Ding. Ist eh gleich schrumm. Also... Also es geht direkt aufs Grün. Meine Fresse. Mit nem Driver wahrscheinlich. Ach ja, ja, klar. Das ist doch ein Schmarrn. Nee, ja stimmt. Ich hatte das ja auch leiser. So. Okay. Dann gibts zumindest auch nen Chat. Wow. Yay. So. Nehmen wir mal was dickeres in die Hand. Nee, jetzt mal 45 reicht. Ist überhaupt irgendjemand da? Ich glaub einer ist da. Hallo. Meldet euch. Ähm. Ja, das müsste doch genügen. Oder kann ich ihn sogar noch pimpen? Nee. Ja, hier. So. Oh jetzt wirds aber schon dünn. Hm. Na dann. Oh, aber der war im Rahmen, glaube ich. Ja. E Australian. Nimm den 2,45er. Ich sag es dir. Und du sagst, gut gemacht. Du siehst, da wird's höher. Und da wird's dann schon schmal, ne? Ja, ich hoffe, ich schaff's. Knapp, aber es ging... Jaaaaaa... Ja, drin! Und da sagt man mal, Golf sei nicht spannend, ey. Es ist mörderspannend. Aber es ist abschüssig. Da geht's wieder los. Aber ich geb jetzt trotzdem nicht zu viel. Ja, nee. Ja! Bei mir ist es jetzt nicht abschüssig, glaub ich. Ein bisschen nach... Da kriecht was Weißes rüber hier. Also so vielleicht. So, ich hab's schon ausgeglichen. Auch nur ganz sachte, hoffe ich. Ja, Gott sei Dank! Wie nennt sich das jetzt? Und unser heutiger Leader sitzt in 300m. Überm Birdie? Igel? Ja, Igel! Yeah! Igel vor dem Wind! Ja, sie hörten das Wort zum Sonntag. Nice eagle on that last hole. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Was ist das denn jetzt? Ja, Fort Knox. Und der ist easy, wisst ihr? War der echt easy? War der nicht normal? Nuh-uh. So, wie geht das denn? Häh? Ach da... Ach ja, das ist ja direkt. No. Was machen die Geister? Genau das, was ich vermute wahrscheinlich. Genau. Wind ausgleichen und drauf. Buff. Na, wenn das so ist? Ja. Ja. Okay. Schau mal mal. Nicht verreißen. Schu-ah-ah-ah-ah. Das war der Beauty. Ach, echt? Nein! Was war denn jetzt los? Und er sagt noch, das war Beauty. Ja. Der Lüge. Nice eagle on that last hole. Shit. Expecting some more fancy club work on this one. Ich mein lieber so. Ja, vor allem... Voll power, ey. Na? Ich hoffe, dass mein Falsch hat. Und bei der nächsten Runde bist du dran. Ja, ich bringe ja jetzt schon einen drüber. Ja, du... Das heißt noch lange, dass ich jetzt gleich drin bin. Wow, das war... das war... das war einfach toll. Danke, John! Das war einfach toll! Ah! Ah! So close! Warte kurz! Fuck you! Ist das ein aufreitendes Spiel? Oh! Ja, toll! Aber ich habe jetzt trotzdem einen mehr. Sie sind? Das bedeutet, du bist dran. Ja, mal sehen! Ich denke, jetzt bist du als erstes dran. Okay. Quod era demonstrandum. Ah! Ich hab's auf Tape! Es gibt's... Es gibt's doch. Gib mir den Aschenbecher. Steht da. Ach, jetzt ist es im Kolosseum. Sage mal... Was? Genau. Und komplett flach. Nice. He 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 he. Oh! 511. Okay. Jo. Da musst du hin. Tja. Et hilft nischt, et hilft nischt. Wem gibt's auch noch? So. So. Okay. Das war hervorragend. Oh ja. Der ist ja auch noch so schön gerollt. Das... Das würde ich reproduzieren. Das war ungefähr... Hier schätze ich. Ne? Ja, ich denke schon. Okay. Guck mal mal. Ne? Ach, geh. Ja, aber so schlimm ist das nicht. Guck mal, du bist weiter als ich. Und es zählt als Fairway, oder? Ja? 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 Passt. Und Kolosseum. Wenn du dort liegen bleibst, steht er dann auf dem Dach? Ich denke mal ja. Also ich, ich gehe davon mal aus. Also ich würde es nicht ausprobieren, aber... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... ...eine Real Estate zu cover. Das nächste... Das ist ungefähr rund 2.20 pro Pin. Okay... Na dann. Na ja gut. Ah! Glitchi Glitch! Was geht denn? Oh... Na wo bin ich denn jetzt? Ah! Ah! Glitchi Glitch! Das ist super! Okay, das muss ich mir angucken. Das Grün ist doch nicht ganz flach. Und... In der Wand ist es wahrscheinlich... Auch nicht ganz flach. Ja, du bist auf dem Green. Aber der... Hä? Soll ich jetzt da durch diesen Spalt? Ist das gemeint? Nee, nee, du schießt jetzt einfach... Geradeaus. Einfach geradeaus. Wenn ich zurückglitsche. Ansonsten glitsche ich jetzt an die Wand. Ja. Ich sehe gar nicht, wie viele Feet es sind. 68. 68. Okay, dann gebe ich schon viel Gas hier jetzt. Ja, er glitscht. Wenigstens das. Ja, das war ja gar nicht schlecht. Ja, hey, da sieht man mal... Ja! Äh, ja, voll geil, ey, ne? Super! Ich würde auch in die Putt-Ansicht gehen. Mit 50 Feet. Okay. Naja... Da kannst du leider nicht putten. Nee. Man sieht ja gar nichts. Nee. Mach das jetzt mal komplett auf... auf blind. Ähm, wie viel sind es? 50. 50. 50. Das ist komplett... Okay. Naja, wenigstens schon mal die Richtung. Äh, ja. Ich hätte festgelegt. Ich hätte festgelegt. Machen können. Ah! Ah! Oh, das ist jetzt mal... Ach, PAH! Jetzt hier! Mach doch aus! Naja, PAH! PAH ist besser als Nix. Die sind ja abartig. Und wir finden uns auf dem Ape-Tea. Rasenmähe. Fancy. Okay. Da hat sich wohl jemand ein Ulk erlaubt. Und wir lachten. Ich geh einen weiter runter. Oder? Ah, 22.45. Dann mach ich den aber kleiner. Dann wird's ja noch enger. Ist ja furchtbar. Oh, das ist schon sehr eng. Hat aber hingegangen, oder? Ja, ich bin zu weit. Ah, viel zu weit. Ich hätte doch einen kleiner nehmen sollen. Okay, hier geht's. Und vier Fliege da oben. Fünf wahrscheinlich sogar. Weil es wird, denke ich mal, schon... Ach so, so eine Formation sein. Ja. Was mach ich? Ich nehm jetzt... Den hab ich schon ein bisschen. Ach so. Ein zweimal. Ja, okay. Und den hochpimpen dann, oder? Reicht das schon? Nee, ich hab... Der hilft ja noch. Aber nicht viel, glaub ich. Pimp. Genau. Ja, ist... Okay. So. 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 Mit neun Jahren kommst du auf jeden Fall bis zum Ding. Ui. Ah. Nein. Neues. Yeah, for the bird. The bird is the bird. Bird. Schnurrgrad. Yes. Nice. 4 feet. Let's do this. Let's do this. I did it. Perfect. Congratulations. I did it. Okay, current leader sitting at 400. Boah, jetzt haben wir gleich Halbzeit. Pole number 9. Ah, ist das nervenaufreibend. Es ist so spannend. Ja. Ich krieg die Tür nicht zu. Deswegen zieht sie ja auch wie Hechtsuppe. Ist das fernste zu machen? Dann ist die zu warm. Ne, geht schon. Weil ich hab jetzt schon ein Jäckchen. Ja, ja, mach zu. Mach zu. Ich schau mal, wie das hier läuft. 248 Yards. Das sollte gehen. So geht's auch. Das sollte eigentlich direkt gehen. Ich hab Rückenwind. So. Genau. Na, na. Yay. Oh, oh, oh. Nein. Sag er mal. Ach, geh. Ich hätte schon putten können. Dass der da wieder raus sollt. Ja. Ich will. Hier noch so ein bisschen gezubbelt hat. Hier. Nooo. Ha, willkommen in der Nachbarschaft und noch weiter. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Genau das. Ja. Das wird ein Pitch. Okay. Ui. Jetzt bleib halt. Ja, äh. Chip, bitte, chip. Ah, das hat keine Regierungen hier. Entschuldigung. Also, da musst du schon ausholen hier. Beim Chip. Es ist... Es geht halt gleich runter. Ja, aber beim Chip musst du trotzdem ausholen. Ach, das ist doch... Und ich muss putten. Hoppala. Und ich sag, ich hätte schon putten können. Ja. Aha. Es wird nach... Gewaltig nach links abschüssig. Also muss ich das wohl so machen. Irgendwie. 66 Fuß. Okay. Ah. Okay, wir haben einen 22-Footer. Mal sehen, ob wir das machen können. Oh Gott. Ist das schlecht. Ah. Mann, was ist denn das? Ja, vor allem... Wieso rollt er da rein und bleibt dann genau da liegen, obwohl er Schwung hatte? Ja, und in dieser Ding hier, also... Schlechtegai. Oh, was ist das denn? Äh. Nee, Physik. Äh. Jetzt bleibt nicht hängen. Also... Und errollen. Der fahre. Okay, wir sind etwa 17 feet aus hier. Ja, das ist... Oh. Ich schieße einfach. Äh, ja. Hm. Oh, was ist denn so close? Also jetzt, jammer nicht. John. So, so. Gott sei Dank, ey. Ja, ich bin eins über Paar. All right, let's get out of here. Ja, ja, let's get out of here. Halbzeit. Ey? Ja, das war das neunste Loch. Und ich bin schon wieder so schlecht. Das ist hole Nummer 10. Danke. Aha. Und da steht auch wieder irgendwelches Gerümpel. Kakteen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin der... Was zur Hölle? Zäune? Zäune? 240 Wo will denn der mich hinschicken? Bist du blöde? Safety Spot So Bisschen nach unten pippen Ich bin drinnen, da ist sogar ein Gitter Das haben Zäune hier nicht Ja, ich wusste nicht, dass das so abgeschlossene Zäune sind So, und ich hab nicht aufgepasst Ich war drinnen, ich hab ein 245er genommen Hat er runtergeschraubt oder was? Ja, ein bisschen runtergeschraubt Auf die Hälfte vom Kästchen ungefähr Damit es nicht so schmal wird einfach Ja Ein bisschen den Wind ausgeglichen, auf die Fahne Boah, nee, ja, genau Mit näher Oh, zu viel Ja, ich sag ja nur, wie das Du hast gesagt Du wirst mir nicht sagen, wie Ich hab zwar nicht aufgepasst, aber zu dem Angleichen Also das weiß ich Ja, okay Weißt du, jetzt bin ich am Rand draußen Und jetzt ist es in der Mühle Oh, zu kurz Oh, da geht es durch Es geht drunter durch Ja Das war jetzt schon heute Roll, mein kleiner Golfroll Der rollt aber wirklich unten durch Ja Ja, die sind ja auch so hoch Bis zum Elixern Beginn, das war jetzt gar nicht mehr Ja, 20 feet to the car Aha Und wie ist es? Gerade Ja Und mittelschnell, würde ich sagen Oh, hm Nice Three feet to the hole here Perfect Thank you Perf Na Haha Freude And our leader for the day Sitting at, uh, six under Alright Let's let her Great, Zuschauer Nice shot Thank you very much Nice put On that Oh, und wieder Uh, ein Vulkan Mein Gott, ein Vulkan Ähm, okay Let's see 177 181 Haben wir in der Hand Seitenwind gibt's Hm Ach du Schande Ja Uh Ach Was haben wir sonst? 170? Das ist zu wenig Runterpimpen wahrscheinlich Ja Nein, äh, rauf 10% 10% Wäre 18 Weniger Das wir Uh, das ist viel zu viel So ist gut Äh Naja gut Es ist zum Scheiß Es ist zum Scheiß Es ist zum Scheiß Wo bin ich denn? Ah Ich kann mich frei bewegen Okay Ah, da hinten ist der Kegel Bäh Das ist invertiert Ja Next Also bitte Ich werde es auch ein bisschen runter gehen Aber, aber nicht so stark wie du So Okay Ich brauche noch ein Getränk Hast du Nashi dran? Ja Beauty Oh Nein Oh 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 Niemand Ja, dann Ach Und wie schaut's aus? Ja, ich bin Er hat Beauty gesagt Und dann bin ich da An den Rand des Grates Und rein ins Wasser Aha 44 Jarts 45 habe ich in der Hand Ein bisschen Gegenwind Okay Sollte doch gehen Ach nee Ich habe ja 84% Ja Schon eher, oder? Nein Ach Ist doch witzlos hier Guck mal, wo ich stehe Nee, ich bin dran, oder? Ja Mehr Power Mehr Power Mehr Power Mehr Power Na, nice shot, oder? Bist du noch dabei? Und ich bin im Heavy Und ich bin im Heavy Raff Also ich brauche mehr Power Ich brauche immer noch mehr Power Das ist zu viel Power Ich brauche weniger Power So, jetzt pass auf Ja Zerrissen Jetzt fängt er an mich zu beleidigen Er ist der neunte Schlag hier Es geht nicht Es geht nicht Ich gebe auf Wo war ich denn jetzt? Hier Komm Leck mich Ja, fick dich Ich bin raus Jetzt Jetzt hast du aufgeholt Oh Oh, wie schlimm Oh, schlimm Ey Wo bist denn du da gelandet? Ja Also schön ist anders Oh, Mann Jetzt bist du dran Lass die Festspiele beginnen Jetzt musst du auch schon Ich bin ja auch schon beim Sitten Ja Ich gab das zu kurz Was? Mein Gott Ich bin ja auch schon beim Sitten Well done Ich bin ja auch schon beim Sitten Ich bin ja auch schon beim Sitten Let's just come along Let's move along Ja Ich seh nichts Ich seh nichts Put cam Linker dick Hm? Just saying Ja, oh Genau Ah, jetzt kommt der Sache näher Abschüssig nach rechts Nö, ich glaub das läuft voll in die Mitte Okay Okay Ja, die Festigkeit kann ich jetzt natürlich nicht rausfinden Äh, nö Nö Vier feet Vier feet Vier feet Vier feet Meine Güte Vier Fuß Ah Hey Das heißt, du bist dran Das heißt, du bist dran Oh, das war dran Das war grandios Oh, ne, ne, ne Okay, es ist Zeit, dass wir das alles auf den Weg senden Okay Und noch ein Schiff Ein Kutter Und noch ein Schiff Also schön gemacht ist es ja schon Ja Also es ist nicht ganz so dämlich Gut Und es ist easy, weißt du Hä? Ich muss mal gucken Okay, 100% Power Aha Zu viel Zu viel Zu viel Offensichtlich Nö 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 Nö, bist du da Genau drin? Ah Ja, aber der Das war klar Oh, bin ich vielleicht dran? Weiß nicht Nee, da bin ich weiter weg Hm, ja Ha Okay Joa, drinne Mal gucken Na Warum 100%? Egal Was? Ja, ich beschwere mich nicht Das war für Birdie Das war für Birdie Der Birdie! Nicht noch mehr Das ist gewaltig Das ist gewaltig Oh, hätte Noch mehr Das ist ordentlich Ten footer hier Ich denke, das kann gehen Das sieht besser aus Hm Für paar Ja Huah Oh, das sieht knackig aus Für die Birdie Das ist doch beschiss Ähm Das war großartig Das war großartig Puh, hast du dich schon ausgemacht? Ja Ja Da ist halt noch ein bisschen Krotzeug drin Aber gut Das war großartig Okay, wir setzen diese Ball da raus Da Wo geht's hin? Oder raus ein Stück nach rechts Oder? Jaa Hinter das Boot Kann schon sein Ich seh noch nix Auf dem Boot? Äh Oh, umringt von Booten Aha, das sind Boote ineinander Ah Okay Es ist wieder Glitchtime Ja, ich wollte es auch gerade sagen Die gehen hart nach links Vor das Boot Ja, okay, muss Ja, muss ja auch Hm Huh Das war so gut Ich bin gut Das ist eng Hm Your turn Also Ich denke, ich kann jetzt rüber noch aus razem Ey Das ist gemein Ja, da war ne Mulde Ja, mhm. Ja, mhm. Oh, da ist einer gegen das Boot. Boah, jetzt muss ich ganz spontan an... Das Boot bringt... Nein. Calabres. Ach, äh. Ja, mach nur. Ja, du, ich bin hier grad... Du bist ganz gut dabei. Ach, ja. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ja, total verrissen! In grün. Ja, direkt vor dem Schiff. Und wir waren gerade rund 225 Meter hier. So. Genau. Jetzt werde ich wahrscheinlich... ...ab YouTube bestriket. Ja, ich finde das auch nicht so geil. Der redet halt... Oh! Ich bin auf dem Boot! Nee. Ich bin auf dem Boot! Ja, woran das passt, ist eigentlich das? Ja, ich bin auf dem Boot! Heading for the green here. Ja, was für ein Lack aber auch. Geh her. Okay, the ball is sitting above your feet here. So, und wo bin ich jetzt? Weil der ist, nenne ich, irgendwo da runter geglitscht auch, also im Boot. Und ich seh nicht, wie weit es ist. 53 Yards. Ich geb einfach Vollgas. Ja, du bist im Fairway, heißt. Und das Boot existiert, mäh? Ah, jetzt bist du da, wo ich bin. Wahr. Ja. Ungefähr. Äh? Aber, das ist doch unmöglich. Das ist die falsche. Ach, der hat dich aufs Fairway geschickt. Aber hier stehe ich ja direkt vorm Boot. Ja. Ich war auch ungefähr so gestanden. Das geht? Das geht. Ja, nicht mit dem Pitch. Ich hab mit Normal geschossen. Ja, der Pitch ist aber auch... Äh... Leute? Das won't do. Ach nee. Dann müssen wir einen Flop machen. Gibt's den Größen? Nee, oder? Nee. Ach, jetzt mach mich nicht wahnsinnig hier. Den normalen vom 70er... Den 40er-Flop nehme ich. Wie landest du mitten auf dem Schiff? Ja, aber ich muss ja hochkommen. Ich bin ja viel zu nah davor. Siehste? Dann muss ich doch einmal zurückspielen. Ah, Mann. Oh, ja, ey. Oh, ist das furchtbar. Also, der Kurs ist schon Mist. Zum Teil. Ja, aber... Ich find den manchmal gar nicht verzwigelt. Ich mag ihn. Ach. Zul. Zul. Ich würde sagen, 105 Yards... ...or so zu den Pin hier. Ehh. Ok, für den Birdy. Die Bird. Oh Okay, 23 footer from here Uh, so viel Ach, Mann 43, super Ein 43 footer, okay, nice Aber viel zu viel Stokes Jetzt können wir eigentlich gleich auch sein Äh, ja fast Fast Noch ein Unterschied Und du bist Let's put this ball down on the fairway Ja, John Es wird versucht Oh, schön Oh, was ist das denn? Da reinkommst du, da bist du im Arsch Ja, da ist wohl Wasser, oder? Was ist denn das? Okay Okay 2,50 Ich würde ein größer nehmen, keine Ahnung Ja, ich weiß auch nicht Vielleicht doch nur den kleinen Der springt ja noch, ne? Achso, du pinst nach unten Ich weiß nicht Du kannst dich umgucken Ja, da geht's zum Loch Achso, ja No good Okay Okay Und wenn ich den jetzt nach oben pimp Will ich aus erstmal Aus, Bruder Und er packt's nicht Schön Ja Er packt sich Die blöden Schiffe da Heading for the green here Yeah Yeah John, you're absolutely right Drop this and you've got yourself an eagle Oh yeah, John Das ist schnurgerade, ne? Ja, ist es Das war nett Mal sehen, ob wir die Kraft auf diesem Platt schützen können Ich glaube, ich hatte gerade ein Gesichtscharf, Faschig Das muss ich mir nochmal angucken Ich glaube, ich hatte gerade echt übel Gesichtscharf, Faschig Und es ist 3 Uhr für eine Stunde Kurs später Ach, das ist doch kacka 15. Hohle kommt Ach, jetzt ist der Kurs wieder scheiße, hä? Nein, ich verstehe mir das ja immer Ist ja egal, welcher Kurs Ich habe gerade wieder zurückgespielt, das ist auch geil Da sind Yachten Im Boden Im Boden Auf Hubschrauberlandeplätzen Ja Die sich schneiden im Loch Und garantiert gibt es keine Kante Wer hat das gemacht? Ja, keine Ahnung Der Richtige ist auch schon in der Hand Jetzt hielt denn der hin? Ja, ja, schon er Ach was Ach, aha Das ist anscheinend ein bisschen Ups Die Hubschrauberlandeplätze sind anscheinend ein bisschen erhaben Ja So sah es aus Aber ich denke, dass man da auch durchglütscht Zu viel Oh Was soll es bestehen? Der Helilandplatz Hartgoogled Thor ist Hammer So Ich hatte zu viel Hm Ja Twump Aber wie Ja Und Ah, du hattest Glück Der Felder hat dich gestoppt Ich leg trotzdem weiter hin Nee Nee, ja Blöder Blöder Ja, nach unten picken wir es Ja, gut Okay Geht Na ja Hm Chip Ausrollen Hm Das Loch ist auf der anderen Seite Ja Du kannst du gar nicht durch Wir kommen da nicht Ach komm, das gibt's doch nicht Das Loch ist auf der anderen Seite Hier, gebt's euch Also, definitiv, ne? Ja Scheiß die Wand an Ich brauche Ein Chip Äh, Quatsch Ja, ein kleines Fünf Vierer Chip Ja Okay Packt er das überhaupt Vier? Ja Nein Nee Aber jetzt Ja, Pustekuchen Sind das Harte Kanten Rückkamera Drüber Ich glaube nicht Versuch's Warum ist die Fahne mal da und mal nicht Da drücke ich jetzt auf Hier Achso, ah, okay Tockelfleck Oh Das ist neu Ich will aber jetzt gar nicht putten Naja, dann nimm halt Genau Oh Tja, genau Ja, genau Drümmes drümmen Das hatte ich eigentlich vor, genau Na echt Ja, echt Ja, jetzt kannst du Ja, jetzt kannst du Great Pot in there, Par Ach, das Also es ist Der Sinn dahinter ist nett Aber Wenn es vergeicht Ist scheiß Ja Ja Weil ich zu nah Davor war oder was Ten footer hier, das ist makeable Oh Gott Tipp first Er ist genau Dort gelandet, wo All righty, moving on Was für ein Und der heutige Leader Sie sitzen jetzt 5 Uhr Jetzt bist du besser All righty, lasst uns Mit campern In denen Meth gekocht wird Ach, schon wieder so was Wo ist das Loch diesmal? Ist er nie auf der Nee Ist wieder so Ach man Das ist doch Dieses Mal ist es Direkt dazwischen Ja, es ist genauso wie Eben Denke ich Na gut Nicht drüber Nee Aber auf die richtige Seite Geditscht Ja, weil ich Rolle ja sonst wohin Ah, ja, ich bin korrekt Es ist die beste Sache für dich Ich mach das genau so Ich mach das genau so Weil ich es verrissen hab Ja Ich hab's nicht verreißen dürfen Ich mach das genau so Dann wäre alles ganz toll geworden Aber naah Mach mal 96 Nicht zu sehr springen Ja, ich hab's nicht verreißen 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 Ich hab's nicht verreißen Du bist ein kleiner Witzbollet Was nicht Ja Ja Ähm Okay, es ist Zeit, diese Ball zu seinen Weg zu senden. Nach rechts ein bisschen, oder? Wir sind gut so weit. Nächster. 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 Looking good? Ja, ich gesell mich zu euch. Ich glaub, du wirst sogar weiter. Ja. 205, jetzt wird's lustig. Ja, jetzt wird's lustig. Ein Ticken weniger vielleicht, ne? Ja. So, jetzt. Was? Ach so, da hat eine geputtet. An die Stangen. Voll zurück. Mach dann. Oh, schnellst du. Ui, ja. Ui. Nice. Okay, das war lustig. Wenn du kannst, wo du das nächste Mal finden kannst, kannst du wirklich die Stokes aus der Stor. Fancy. Ja, mega fancy. Ja, mega fancy. Huh, huh. Aua drin. Oh, der Gully-Effekt. Ja, da. Nochmal. Hast du das gesehen? Nein! 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 Oh, Mann! Amazing Approach. Und bei mir ist auch noch abschüssig nach rechts. Der wär beinah rein. Ja. Ach. Wie ärgerlich. Was? Was? Hä? Das ist aber auch keines für sich hier. Ja, 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 ja. Äh. Hä? Was? Schau das mal an. Ich meine, wie sich der verhält. Shit. Aha. Jetzt bist du wieder weiter. Yes! Da hab ich jetzt wieder einige Pünktchen gut gemacht. Hä? Mist! Nice! So windet sich das Blatt. Es ist sogar total gleichstanden. Oh, hey, ja, 73, 73, stimmt. Ich war... Ich war... Ich war bei 41, 36. Das heißt, jetzt ist ja das Loch der Entscheidung. Das Loch der Lächer. Zwischen den Masken. Hinter den Autos. Hinterm Wasser. Nee. Hinter dem Parkplatz. Du liebe Güte. Oh, ja, mach's mir vor. Jetzt bin ich glücklich, dass ich nicht dran bin. Naja. Spannender kann's nicht werden. 189 Jahr. Seitenwind. Fünf Meilen. Wie wird's das lösen? Erfahren Sie es nach der Werbung. Tschüss. Und sie pimpt. Ah, besser nicht. Sie pimpt nicht ganz so viel. Nee, ich bin gar nicht. Sie pimpt überhaupt nicht. Sie ist schlecht im Pimpen. Uh. Sie wackelt mit der Hüfte. Musst du macken mit die Hüfte. Bewege, du konnest. Du bist ja gut befurt. Das war's. Und die Hüfte. BAM, Alter. Ja, gut. Also, ungepimpt. Wow! Und ... Wow! Man, das war's. Nice. Ich versuche auch, ungepimpt da durchzukommen. Ging's nicht noch weiter? Ach nee. Das ist eine Schönheit. Ist es das? Komm, John, sag mir, dass es das ist. Nein, nein. Ich bin dran. Nein, 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 nein. Ja, ich mag das alles, das war gut gemacht. Oh, Gott. Oh, ich habe einen Schlauch. Das ist toll. Nice little tap to finish with the park. Wie gemein. Oh, das war jetzt Kopf an Kopf. Ein verdammter Punkt. Vielen Dank für die Runde. Wir sehen uns nächste Mal. Aber die Hälfte habe ich gewonnen. Und die anderen sind jenseits von Gut und Böse. Also, Entschuldigung. Oh, was geben wir dem für ein Rating? Oh, eine 7. Bei Maximum. Keine 8. Nee. Sieben. Aber er ist halt auch schön zu befordern. Ja, wenn er funktioniert, dann macht er Spaß. Aber er ist halt auch schön zu befordern. Oh, ja. You have already played this cross. Das wage ich doch sehr stark zu betweifeln. Also, habe ich noch nie. Ah, keine 8, aber 7 am Maximum habe ich. Ja, genau so. Oder? Confirmed? Passt. So, schön. Dann haben wir mal wieder eine richtig nette Streaming-Session gehabt. Absolut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Vielleicht in nächster Zeit mal mehr. Okay. Mal gucken. Und ansonsten sehen wir uns bei Dark Souls 2. Und wir sind...